Ich will mir für 5000 Euro ein sportliches erstes Auto kaufen. Hast du Tipps? Da gibt es sogar einen BMW, aber die klassischen Vertreter wie Polo, Corsa oder Fiesta gibt es natürlich auch einen sportlich. Wie viel PS haben die denn? Polo GTI, Corsa GSI und Focus ST haben jeweils 150 PS. Aber vielleicht hast du auch Glück und fühlst du ein Corsa OPC mit 192 PS und das in so einem kleinen Auto. Aber eigentlich hätte ich lieber was Großes. Okay, aber das wird im Unterhalt natürlich teurer. Egal. Nun gut, also der Chevrolet Camaro 3.8 V6 würde anfangs zumindest in dein Budget passen. Aber welchen BMW meintest du denn? Ja, der Chevy ist nicht der sportlichste. Aber was sagst du zum E46 3er Coupé? Entweder der 323 CI oder als Facelifter 320 CI. Mit 6 Zylinder? Ja, aber mein Geheimtipp ist der Matze MX-5. Den kannst du auch ordentlich tunen. Danke, ich folge dir jetzt erstmal für mehr Autotipps.